du musst gleich mal rauskommen hier auf den apfelbaum an der straße sehr sehr geiles zeug hier wo ist denn das dorf eigentlich da ist was du musstest jetzt ich weiß gar nicht wo du ja ich habe mich ein bisschen absitz hingestellt in der schorne so wo bist du denn was welches haus laufen wir laufen wir den berg hoch ja dann sehe ich dich beziehungsweise du mich ja ich habe frame drops warum auch immer du meinst den berg da oben dieser strommast ist oh stopp stopp hier hier bin ich ja da steht er wo ich hab dich nicht gesehen hier kommen die hose ist oh ich hab was gestapelt ich habe bei äpfel gestapelt alter hals maul aber hier erst in der hose die ganze haben die strand voll mit äpfeln eine hose wo wo hier drin hier liegt deine hose ne blaue du stehst drauf ne weil mir legt ihr keine hose ja pass auf denn darf ich mal die äpfel hier einfach ein paar nehmen kannst du kannst du alle dir rein pfeifen jetzt damit energize ist richtig nicer scheiß ist das doch dann nehme ich die äpfel aus der hose kannst die auch noch haben neu alter ist noch mehr wie lang hast nur gesucht zwei minuten jetzt sich die hose auch alter hals maul wenn ich jetzt search for apples macht dann kommt da nichts kann sie gift drauf nehmen scheiß jetzt habe ich wieder husten damit hallo willkommen zu einer neuen runde der ihr seid endlich mal wieder nach ein paar über einen jahr auf meinem kanal und ich hab so wenigstens mit dem atze ace genau sechs hochlo eine hallo alt noch frau das singt ja ich gehe ja ich finde nichts wo du rein tun die geht hin und hat einen ganzen baum in der hand ich habe nichts gefunden das ist einfach nicht meine stärke dass die dinger macht ich weiß da unten immer noch zwei willst du den nehmen ne kannst du haben okay ich muss ein brunnen suchen hier müsste es angeblich einen geben aber ich finde ihn nicht brauchst du wasser? äh nur theoretisch ich habe noch was aber ich habe zwei flaschen und die äpfel geben auch eine menge ich habe auch zwei flaschen ich bräuchte einfach nur auch vorsichtshalber vorratstechnisch ne 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 brunnen ich einfach mal kurz da runter scheiße gibt es auch gar nicht die hier eingezeichnet ich glaube nicht dass hier ein brunnen ist doch hier ist ein brunnen eingezeichnet also muss es ein brunnen geben ähm brauchst du noch epinephrin hast du was? was war das? das war mein wecker cool alter bin ich erschrocken hast du was gehört? achso ja durch mein mikro ich habe gedacht hier ist irgendwie was kaputt oder ne den brunnen gibt es hier nicht mehr ich weiß dass es hier einen brunnen gab ich kannte dieses dorf hm ich kannte dieses dorf auswendig ja aber äh wir wollten dann doch nochmal nach muni gucken was du hast und was ich für Waffe achja genau ja den brunnen gibt es nicht mehr ja probier wir dann den nächsten kaff oh ihr habt schon wieder ich bin schon wieder voll mit Äpfeln alter komm du cheatest doch ich kann nix mehr tragen ja gut dann esse ich dann noch ein paar habe ich kein Problem mehr ich mag Vitavine ich habe auch einen Apfel da hier bist schon energised? also ich bin's weil ich äh auch schon grau war jetzt muss ich jetzt immer noch ein bisschen bin ähm ey wo bist du? nö hier die straße runter zu der schorne oder was? nee stopp 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 du siehst mich ähm ich lauf nen berg hoch ist der typ da hinten? ja der mit der lächerlichen Waffe mit der lächerliche Waffe weiß ich nicht sag mal her ah am flieger genau wir wollten mal waffen switchen äh schau mal ich dropp dir mal muni aber nicht auf dem feld so dürfen doch ist doch geil hier Glückwunsch ist ja auch praktisch mann wir könnten jetzt einen ganzen Rucksack voll mit Äpfeln packen und den in der Hand nehmen und hätten zwei Rucksäcke kann man Rucksäcke in die Hand nehmen? ähm wenn man Hosen in der Hand nehmen kann? wann ne? weiß ich nicht äh was hast du nochmal für ne Waffe und ne S? ich hab eine CZ61 hm wo ist das hin? schicke Slovak Army da check mal die aus die Munition die ich hier eingelegt hab äh und? ne die hat elf Schuss ist aber ein 20er Magazin oder wie? da die Muni also nicht in die nicht in die MP sondern halt in das Ding was du auf deinem Rücken hast funktioniert das? 380er sind das 380er hab ich nie ich aber hast du mir gegeben cool jetzt habe ich ein volles Magazin mit 20 Schuss ja geil und nochmal ein Schuss und ein kleineres Magazin hab ich auch noch ja geil und die das was ich dir jetzt da gerade hingelegt hab die Munition schau mal ob die in deine große Flinte reinpasst die Winchester ach ja ist das schön aha ja ich hab ja noch eine ja ja genau das Ding auf dem Rücken ähm ist rot ne weg empty wechsel mal mal hilf voll mit Äpfel ne joch so okay ich hab noch ne 9mm ne 9mm ne 9mm pistole ja ne 9mm pistole ne hat so ne cr75 ähm hier wirst du die Waffe haben? ja ist mir egal ich hab ne shotgun mit unendlich viel Munition also ich bin ausgerüstet ja ach so ok äh die passt nicht die Munition passt nicht rein? oh hast du es nicht gerade gemacht? ist denn nicht gerade die Animation vom Nachladen reingekommen? ja ok dann gibt man die Munition wieder zurück oder behalze behalze am besten nein schau ich hab auch was davon ok abflug warte mal was? da war grad was? da war grad was? hm ne vergess es babababababababam was machen wir wenn wir jetzt n Spieler sehen? ja umholtzen ich weiß übrigens warum der der Sprachchat jetzt immer wieder anging weil du auf den Knopf gedrückt hast? ne ich hab vorhin nochmal in den Einstellungen geguckt und zwar ist zweimal shift ist ehm Chat chat online chat ist das also das ist nicht normaler wie wenn du jetzt hier mit einem anderen typen reden willst das ist irgendwie noch eine andere funktion und die ist belegt auf zweimal shift deswegen ist beim sprinten manchmal der chat mit eingegangen was jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr passieren dass man in die richtung laufen ich muss mal nur kurz du deckst mich mal kurz ich bleibe mal ganz unprofessionell auf der straße stehen ja genau anmerken nehmen wir laufen noch in die andere richtung wobei nein wir laufen doch in die richtung mir egal ich habe äpfel du bist dabei laufen mal kurz da hoch weil da oben ist irgendwo ein schießstand und vielleicht bekommst du ja dann für deine waffe noch ein scope das wäre geil hast du jetzt dabei ja ja ich habe mich so geärgert als ich die andere flinte verloren habe wegen diesem scheiß server neustart nach zehn minuten hat er das noch nicht gespeichert das war eine feine wache alter warte mal ich muss mal kurz tschüss troni und er bleibt mitten auf der straße stehen ja kommt jetzt schon schon niemand hoffe ich wenn doch kann ich da auch nichts machen so ah mein fernglas zwei fernglässer cool immer wenn ich dieses spiel spielt bekomme ich hunger ja okay laufen jetzt nach süden darüber nice gute idee das habe ich nie nicht gesehen wieder da hier ist eine longhorn mit einem pistol scope das hört sich gut an was ist ein langer das ist eine jagdpistole mit einer sehr großen munition die schießt mit der munition die ich dir vorgegeben habe wo lag die auf dem hochstand ja hier oben sind auch zwei ferngleise wenn du eins willst warte mal ich versuche das mal runter zu droppen ja bringen bringen wir alles runter guck mal ob das runter fällt jetzt runter gefallen natürlich nicht scheiße bringt runter die kacke ja ich habe keine ich habe keinen platz mehr im inventar warum nicht was hast du denn alles apple wir gucken mal hier ist ein hier brauchst du ein fernglas jana jorge macht vielleicht passt das kann ich dir mal kurz übergeben also das hätte fern wird sie kann kein scope begibt dich dann nehme ich das danach hat da war was was und fernglas nie was soll ich denn damit wohl ja fernsehen oder bräuchte nicht und werden sehen ja die bräuchten das ist spielkram man hat auch dem verlassen der stadt immer um die ecken ja gut dann guck mal ob du die piste noch unterholen kannst die die longhorn nicht ich habe keinen platz im inventar die schießt halt mit der 380er winchester und hat auch ein links oben drauf links na wie heißt denn so ein terror wo soll ich das denn noch hinpacken gibt bist du zweimal reis oder so reis ne ich habe keinen platz ja doch ich könnte ein apfel verdrücken mach ich kurz komm ich mach was du willst ich hab ja dann schmeiß ich komme auch kurz hoch dann gibst du mir ein reis und dann kannst du die longhorn nehmen vielleicht ja normalerweise gebe ich kein reis weg wollte ich gerade sagen früher hättest du für reis gemordet jetzt schmeißen einfach so in hochstand rein ja ich hab äpfel mann äpfel ist der neue chip apple ne frieden kannst du auch eine ich hab zwei davon okay aber wenn ich echt vor ich habe jetzt noch ein slot danach habe ich kein slot mehr ja wir haben erfüllt jede menge aber auch was brauche ich denn ich habe einen regenmantel abflößen jeans und ein talon die sind echt voll saftig ich war ja 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 ich sag dir die sind richtig die sind richtig geil die dinge so ein apfel mit vitaminen ich bin schon dabei mein reis weg zu schmeißen ja die machen mich satt die äpfel doch doch die machen aber ich hab jetzt so bock auf den apfel zu beißen der bei mir im küche bringt da einfach wir rein mal gucken wie viel die pistole audi braucht vier slot zu gehen und laden einmal mit der kannst du halt denke ich relativ präzise schießen ich habe die aber noch nie tatsächlich benutzt muss ich sagen also das ist so ein experiment wie der adrian damals mit seiner aka schieß mich droht oder du mit der aka schieß mich du das hast du die akka war der letzte rotz wie du geflucht hast du so ein röster davor spatz na ehrlich mal also ja weil du hast drauf gehalten und die ist nach oben gewandert an die decke beim beim schießen also erst so ein schrecken so ein schrecken wie soll ich die denn die die durch die den laden die gr-75 munition erhielt die longhorn ja 308er in die pistole passt nicht nicht hätte ich gedacht war orange bei mir hast du sitzt dabei ja ich hätte noch eine andere munition die vielleicht passen könnte bist du vor mir da ja guck mal da die munition wo sie ist es ja immer die aus ich habe keinen platz mehr die war einfach oft ist auf die waffe drauf die klinik das nicht er guter nach 100.000 wachen und munitionsarten und nichts passt in nichts rein ja genau so sieht es aus er schau mal ob du das das ist das piste und score auf deine waffe drauf tun kann ja aber ich brauche diese pistole auch nicht weil das tun bin ich kein fan von magst du meine munition wieder zurückgeben ich searche bei dir unten verboten sticks tschuldigung ne passt nix ich glaube das kannst du da auch gar nicht anmachen nix okay ja irgendwie zurück und dann in einer anderen Stadt die im Grunde hat hoffentlich immer wir können alles machen gut dann noch mal im Äpfel wollen wir noch mal paar Häuser ich glaube hier ist der Loot ziemlich gut ich glaube das liegt am Server ich bräuchte halt Wasser früher oder später hier kannst du haben ich habe zwei Flaschen hier aber du brauchst auch Wasser früher oder später hier ist ein großer orangener Rucksack hier drin ist ein großer wach 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 meiner drinnen und er hätte nicht da 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 wunderbar wunderbar ist das ich gehe jetzt kann ich noch mehr zusammen oder ich kann euch ja noch für mich auf Flünde Bruch im Weg zu kommen sind hin mehr da steht drauf früher war alles besser